Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2, War of the Chosen. Weiter geht's hier. So. Du lädst mal nach. Also wo sind nochmal die Geschütztürme? Du gehst da hin? Ah, da ist einer. Ah, Stecher. Ich hab nur noch wenig Munition. Wie, da kann ich das sehen? Okay. Da sind auf jeden Fall irgendwo noch Cusaliden. Meine Wache beginnt. Feuerschutzprotokoll aktiviert. Feuerschutz. Bin dabei. Du gehst mal ein bisschen näher nach vorne. Du gehst mal da hin. Und jetzt nach. Ja, ich muss mich beeilen. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Irgendwas explodiert. Ja. Der Truck. Oh, da ist ein Grüßer Liden. Sturm und Schuss. Bestätigt. Rücker aus. Hallo Cusaliden. Hallo Cusaliden. Hallo Cusaliden. Hallo Cusaliden. Ich reiße dich in Stücke. So, zwei Grüßer Liden sind weg. Das Schicksal der anderen Invasoren. Weiterer Fokus. Sofortiges Nachladen erforderlich. Du entkommst nur 10 Liter. Haha. Einmal näher kommen, bitte. Nur die Rüstung getroffen. Wir triumphieren. Ich brauche dringend Munition. Lass mich was machen. Lass mich was machen. Hm, 10 Schaden. Okay, nicht erwischt. Du gehst mal ein bisschen näher So, die Geschütze sind weg Du gehst jetzt mal ein bisschen näher Oh, ein Critz Du läst da Oh, hi Oh, hi Erledigt Die Viper brennt immer noch Der Feind bewegt sich, sie flankieren uns Der Feuerschutz wird dir nichts helfen Na, was kommt jetzt? Die Viper brennt immer noch Jetzt kann ich ihn erreichen Du musst weg Nun zieht ihr da oben Oh, ein Crit sogar Also der ist nicht betroffen Heißt, er kann einfach aufschießen Du gehst weiter oben hin Ich hab schon eine Idee für dich Und beide sind weg Nun gehst du mal da hin Du gehst mal da hin Bin unterwegs Nachgeladen Biete Feuerschutz Scanne Gebiet Gebe Feuerschutz So, die Viper brennt jetzt nicht mehr Black Ich werde mich bewegen Oh, ich sehe das Teil schon Das ist gut Ja, das ist gut Ja, das ist gut Gute Arbeit da draußen Gute Arbeit da draußen Der Generator ist zerstört Und die Kanone deaktiviert Jetzt müssen wir uns nur noch Um die restlichen Feinde kümmern Und die sind hier irgendwo Bei diesem Entferno Ist das auch sicher Das macht Sinn So, ich muss eine Gegner erledigen Hm Leichter gesagt als getan Ich muss sie erstmal finden Du musst nachladen Bin dabei Position bestätigt Na los Zeigt euch Got it covered Bestätigt Überwachung läuft Biete Feuerschutz Bin schon unterwegs Na los Zeigt euch Ist auf jeden Fall noch ein Wächter da Und ein paar Vipern Schon unterwegs Boah, der leckt gerade Hi Da sitzt du also So So Du machst mal Schwertieb Wir verachten unsere Schöpfer Wir verachten unsere Schöpfer Oh Getroffen Mit 35 Mal gucken, ob ich irgendwie das Ich habe gehofft, dass ich den Das Auto treffe Also das Auto treffe So Gefex Protokoll Begex 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 Du siehst doch keinen Bewegung eingeleitet So Übersteuerung Zwei Versuche haben Ist besser als nur einer Neuer Versuch Oh Hi Minimale Munitionswingen Üblich Muss besser ziehen Das wird das Ziel Nicht verlangt Wir geben die Munition aus Flagieren Begebe mich zum Ziel Bedrohung ausgeschaltet Heißt Es gibt doch Gegner Es ist nur nicht vorbei Aber wo sind die Ich mache Bete Feuerschutz Die Gefahr bereitet sich aus Irgendwo da Brücke vor zum Ziel Ich habe keine Ahnung Wo der letzte Gegner ist Befehl Gebe Feuerschutz Befehl bestätigt Feuerschutz Wie geht es mal lieber Teil Begebe mich zu dieser Position Feuerschutz Obdicht für Feuerschutz Kalibriert Na los Zeigt euch Wieso kann ich jetzt da auf einmal hin Gehe schon Mir entgeht nichts Ich gehe schon Bin dabei Ah doch Mech ist da Und ein Wächter da Und ein Torwächer Natürlich Nicht gut Ziel wurde nicht getroffen Äh Mann Leck Vom Feinsten Mir Aber Vielleicht Die Ich gehe Mal Ich gehe Ich gehe Ich gehe Du gehst mal da hin. Hey, so treffe ich alle drei. Okay, bin unterwegs. Hoffentlich lohnt sich das. Du machst das mal dahin. Du machst das mal dahin. Du machst das mal. Du machst das mal dahin. Bis jetzt. Du machst das mal. Du machst das mal dahin. Du machst das mal dahin. Also in Arenen, Sturm und Schuss. Natürlich daneben. Du machst das mal dahin. 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 So das Immigrationsgerät wird geworfen. Du machst das mal dahin. Du machst das mal dahin. Du machst das mal dahin. Ich wähle eine andere Position. Und nun zu dir da. Ihr Verluste steigen. Brauche Munition. Schauen unterwegs. Scannergebiet. So, wer davon ist das jetzt? So, ein bisschen Verteidigung muss sein. Oh, er ist vergiftet. Immer noch. Sehr viel Schaden. Jetzt kommt schon. So, er ist vergiftet. So, er ist vergiftet. So, er ist vergiftet. Natürlich nicht. Munitionsmenge kritisch. Bereit für den Angriff. Jawohl. Jawohl. Du gehst mal da hin. Was ist da drüben? Nähere mich der Zielposition. Kommt schon. Kommt schon. Aua. Aua. Dann lassen Sie sich. Zusammenflicken. So, geschreddert. Hehehe, man kann ja probieren. Hm, daneben aber immer noch ein Schaden. Kein Rückzug. Waren das jetzt alle Gegner? Oh ja, das waren alle Gegner. Und ein Soldat ist verwundet. Einer? Oh! 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 Anhalten, Commander. Aber ich bin sicher, dass sie wiederkommen werden. Wir müssen weiter mit den Fraktionen zusammenarbeiten, um sie aufzuspüren. Je schneller wir sie ausschalten, desto besser. So, Beförderung. Da muss ich auf jeden Fall einen erholen. So, Beförderung. So, Beförderung, bitte. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part. So, Beförderung.